Ja, hallo, ich bin Valentin, wohne seit sechs Jahren jetzt hier in Görlitz, komme eigentlich ursprünglich aus Weimar und bin über einen großen Umweg hierher gekommen. Ich bin hier nach Görlitz gekommen und habe gemerkt, was Raum für ein Luxus ist. Das heißt, unsere Wohnung hat insgesamt 100 Quadratmeter, wir haben sehr viel Platz. Es gibt hier halt einfach Häuser, die auch noch nicht tot saniert sind und die halt auf jeden Fall auch bezahlbar sind. Ich bin die Alena Bekova, geboren bin ich in Mansdorf. Hier in Görlitz bin ich zu einer Galeristin geworden. Görlitz als Stadt ist für mich ein lebendiges Museum. Lebensqualität in Görlitz, einfach enorm. Ich bin der Max, 30 Jahre jung, bin jetzt seit fast zwei Jahren Görlitzer, zum Altstadtfest sind das ganz genau zwei Jahre. Bin hier reingekommen durch den Flur ins Wohnzimmer und mehr musste ich eigentlich gar nicht mehr sehen. Das ist ein kleines Paradies. Die Stadt hat Potenzial und es entwickelt sich stetig weiter. Vergleichbares, das habe ich halt vorher in der alten Heimat, das hätte ich nicht gefunden. Alles, ja, hier spielt die Musik. Musik 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 Amen.